Es hat sich toll entwickelt, ich finde es wunderbar. Ich finde es toll, dass ihr das so medial nutzt und das hochprofessionell macht und so eine Show zusammenbringt. Ich habe auch viele Freunde eingeladen, zu zeigen, was wir eigentlich Cooles schaffen bei den Launch Labs, einen Einblick ins Innere zu gewähren und einfach in den Austausch zu kommen mit Kunden und aber auch mit allen Interessierenden. Comex ist für mich eine Möglichkeit, unter Gleichgesinnten sich auszutauschen und einfach New Work komplett mal offen zu denken und zu diskutieren. Ist alles, was man jetzt gerade so plant, ist das alles richtig? Wie sehen das die anderen und das eben auf einem sehr hohen professionellen Level? Das ist alles, was wir sehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020